Das ist blöd. Ich bräuchte jetzt aber erstmal Strom, komm. Und jetzt erstmal wieder temporär Strom. Hier, mach mal, produzier mal. So. Regt euch nicht auf, ihr kriegt ja schon Strom. So, dankeschön. Gut. Frage, wie baue ich das jetzt? Ich könnte hier dann nämlich so eine schöne Hafenmauer machen und dann einfach da den Hafen reinbetten. Dafür muss es aber eine schöne Gerade sein. Und das müsste ich jetzt terraformen. Und dabei ist es hier so eine schöne Küste. Aber gut, wenn da Häfen anlegen sollen, dann soll da eh keine schöne Küste sein. So, ich versuch's einfach mal hier. So. Dankeschön. Mal gucken, ob das klappt. So. Jetzt ist das nämlich sehr schön hier. Und jetzt kann ich da dann nämlich einfach... Ne, da bräuchte ich keine Christbäume. Da bräuchte ich hier eine schöne Hafenmauer wieder. Zack. 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 Dann hier irgendwann noch einen Hafen. Gut, okay, den lassen wir jetzt tatsächlich mal offen. Äh, und das da unten, das müssen wir irgendwie wegmachen. Das ist zu viel. Terraforming Tool. Dankeschön. Weg. Weg. Weg, 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 weg. Weg. Ah, so viel Money. So. Die Hafenmauer geht natürlich dann noch weiter. So, mal gucken. Da geht jetzt natürlich erstmal die... Da schwappt es erstmal hoch. Und... Joa, ich bin damit einverstanden. Äh, nicht. Das ist zu hoch. Meine Freunde, das ist zu hoch. Das muss niedriger. Das ist alles viel zu hoch. Weg. Ja, Abriss bestätigen. Jetzt arbeiten wir schon wieder so mit Terraforming und so. Obwohl das so eine schweizteure Angelegenheit ist. Hallo. Nein. Bleib doch da. Noch tiefer. Wooh. Zack, 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 zack. Noch tiefer ins Wasser... Noch weiter ins Wasser rein. Wooh. Nice. So, danke. Bitte mehr Platz. Oh, 71.000. Wir hatten doch so schön viel Geld. mit. So. Äh. Äh. Es passt aber. Aber wieso das so uneben ist, das verstehe ich nicht so ganz. Hm. Das verstehe ich nicht so ganz. Sieht das blöd aus? Hm. Leicht. Sieht ganz leicht blöd aus. Hm. Dann machen wir das mal hier unten noch weg. So, jetzt geht es hoch und... Ja, doch. Damit kann ich mich abfinden. Das ist in Ordnung. Und jetzt brauchen wir hier aber noch eine... Genau. Eine Brücke. Genau die brauchen wir. Und... Eine gerade hier rein. Dankeschön. Mehr brauchen wir auch nicht. Und hier unten... Können wir jetzt... Hm. Was können wir da unten jetzt schön hinsetzen? Also, da können wir zum einen mal hier ja das Bustepot hinsetzen. Ich würde aber gerne hier unten... Unter dieser Brücke würde ich ganz gerne noch mehr machen. Unter anderem... Würde ich ganz gerne... Ein... So zwei, drei Friedhöfe hinmachen. Damit wir einfach einen großen Friedhof da hätten. Äh. Krematorium. Krematorium. Wir haben nicht mehr. Da sind noch mehr. Da hätten wir ein... Small City Hospital. Friedhof. Ah ja, okay. Das ist... Ah, das ist der große Friedhof. Okay. Ähm. Hm. Hm. So. Passt das, wenn ich jetzt sage... So. Kein Bau auf Wasser möglich. Hm. Es ist ein verdammt großes Ding. Das ist ein verdammt großes Ding. Auch hier müsste ich jetzt wieder terraformen, meine Freunde. Denn ich würde das ganz gerne da hinpacken, denn es sieht echt geil aus an dieser Stelle. Muss ich sagen. Das sieht echt geil aus. Gut, so unter der Autobahnbrücke. Also bitte, meine Freunde. Das ist eigentlich nicht so geil. Aber wenn ich... Aber ich glaube, hier kann ich das ganz geil anpassen. Das kann ich hier ganz gut anpassen, würde ich sagen. Ah, dumm, 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 dumm. Oh, wo war das jetzt hier? Das Ding ist halt einfach nochmal größer. Ordentlich. Ich glaube so. Wie groß ist denn das Ding eigentlich? Das würde ich ganz gerne jetzt mal... Das müsste doch hier eigentlich... Das muss doch hier irgendwo abmessbar sein. So. Moment. Zack. So können wir messen. Dankeschön. Zwo, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Zwölf hoch und wahrscheinlich auch zwölf breit. Das sieht einigermaßen quadratisch aus. Das heißt, zwölf auf zwölf. Eine so eine... Gerade, was hatte die, glaube ich, nochmal acht hatte die, oder? Zwo, na, komm. Zwo, vier, sechs, acht, zehn hatte die. Zwölf und zehn hat die. Das heißt, ich müsste mal vierzehn machen. Pauschal müsste ich vierzehn machen. So. Genau. Denn jetzt kann ich unter anderem... Hier rein, äh, was schon mal nicht geht. So, dankeschön. Jetzt könnte ich, glaube ich... ...desen Friedhof hier nehmen. Und, ja, jetzt geht es. Das ist ganz schön. Aber allein, wenn die Straße hier schon so schief ist, dann ist das schon mal schlecht. Es ist dann tatsächlich schon mal sehr, sehr schlecht. So. Terraforming, meine Freunde. Hier wird viel umgeschüttet, umgekrempelt. Und was weiß der geil eigentlich was. So, bitte weg mit diesen Stromleitungen. Die sind tatsächlich unpassend für einen Friedhof. Dankeschön. Die müssen aber noch irgendwie entlanggeführt werden. Also, keine Angst. Uh, Terraforming. Funktioniert es jetzt endlich mal? Dankeschön. So. Mhm. Man muss ja hier... ...ordentlich rausgehen. So. Schönes Ding. Das müsste jetzt passen. So, jetzt... ...erst mal wieder. Oh, scheiße. Die haben keinen Strom. Ich hab' euch vergessen, meine Freunde. Ich hab' euch doch wieder vergessen. Scheißdreck. Runter. Sofort. Passt an. Los. Strom. Dankeschön. Ich glaube, das ist immer noch bei Weitem nicht genug. Oder doch? Nicht genügend Geld. Nein. Jetzt würde es gehen. Und jetzt hab' ich nicht genug Geld. Ach, come on. Please. Dann hab' ich hier nämlich einen wunderschönen Friedhof, der... ...idyllisch am... ...meer liegt. Und dann kann ich hier natürlich auch noch ein bisschen Anpassungen vornehmen. Und so weiter und so fort. Des Weiteren kann ich auch hier ja schon mal... Ne, ne Fußgängerzone brauch' ich noch nicht. Na, das sieht kacke aus. Oh. Ja, gut. Ist auch ne Möglichkeit. Dass man hier einfach mal ein Gebäude abreißt, ne? Das ist auch ne Möglichkeit. So. Jetzt können wir endlich unseren... ...Friedhof hier hinbauen. Zack. Schönes Ding. Äh, das braucht natürlich auch noch Wasser. Natürlich. Tut mir leid. Äh, toll. Wenn ihr es mal anguckt, da läuft die Hauptwasserleitung. Und jetzt... Na toll. So. Jetzt haben wir auch dieses kleine Eck endlich versorgt. Genau. Und hier... ...machen wir uns noch so einen schönen kleinen... ...Gehweg. So. Und da... ...können wir... ...jetzt auch noch... ...ein bisschen... ...Terraforming beschreiben. Also in Form von Anpassung. Äh... Ja. Dann muss das aber weg, bitte. Wenn ich hier schön anpassen will. So. Da dann auch bisschen anpassen. Wieso? Oh, wir haben kein Geld mehr. Scheiße! Verschlingt das Geld, ey. Aber... ...doch... ...das sieht schon nicht schlecht aus. Natürlich alles im Rahmen dessen, dass es halt nicht idyllisch liegen kann. Aber es liegt am Meer. Und das ist doch schon mal etwas. Und damit kann man, denke ich mal, leben. Wenn man am Meer begraben wird. Das ist zwar keine Sehbestattung jetzt in der Hinsicht, aber... Ja, doch. Doch, das geht in Ordnung. Nur die Stromleitung, die ist vielleicht noch nicht so... ...bombig. So. Schön. Jetzt können wir auch noch eine... ...traumhafte Brücke hier errichten. Beziehungsweise einen ganz normalen Weg da auch. Das sieht kacke aus. Das sieht kacke aus. Ne? Was habe ich jetzt gedrückt? Habe ich jetzt Pause gedrückt oder so? Na, oder... Ich gehe von oben. Ah, schau an. Schön parallel laufende Brücke. Doch, damit kann ich jetzt schon eher leben. Bisschen schade, dass... Da muss ich dann tatsächlich noch eine Kleinigkeit machen. Komm, das muss doch irgendwie möglich sein, dass ich hier jetzt noch so ein paar kleine Parks hinsetze, oder? Oder... Small Luxury Plaza. Skate Park. Mhm. Neben dem... ...Lake. Ein Parkhaus. Komm. Gönnen wir uns. Hier vielleicht solche... Ne. Die Frage ist nur, wie ich jetzt den Strom daherhole. Ich meine, ich könnte jetzt hier ganz billig... ...diesen... ...Strommasten da ziehen. Kein Bau auf Wasser möglich. Gut, was ich... ...und gerade seltsam finde. Auf Wiedersehen dei ...einemain. Kack. Wo ist das wirklich?